Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit & Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich sage wie immer Dankeschön, dass du eingeschaltet hast hier für diesen Lebenskraft-Podcast. Hier geht es um dich, um ganz viele tolle Bausteine, die dein Leben noch schöner machen, damit du noch gesünder, erfolgreicher und vor allen Dingen mehr Lebenskraft bekommst. Ich habe es lang nicht mehr erwähnt, weil die meisten doch schon ja meine Arbeit ganz gut kennen, aber wenn du heute zum allerersten Mal mit dabei bist. Ich habe Sport und Ernährung studiert, habe ganz viele Ausbildungen gemacht im mentalen Bereich, in der Stresskompensation und darf seit über 20 Jahren Menschen helfen wieder in ihre Lebenskraft zu kommen. Und das mache ich über vier, eigentlich fünf Bausteine. Einmal über das Thema Ernährung, Bewegung, Mentaltraining und dem Thema der Stresskompensation. Aber der eigentliche fünfte Baustein ist der wichtigste, denn ich zeige dir auf in meinen Seminaren, in meinen Coachings, in meinen Vorträgen, wie du diese Lebenskraft aus deinem Herzen wieder aktivieren kannst. Denn das ist das, warum wir hier auf unserem Planeten sind. Denn erst, wenn dein Herz Ja sagt zu deinem Leben, wenn die wahre Erfüllung aus deinem Herzen herauskommt, dann macht das Leben richtig viel Spaß. Und in diesem Podcast geht es genau um diese Themen. Und heute habe ich dir mal ein Thema mitgebracht, wenn du so ein bisschen feststeckst und hast dieses Gefühl, oh Mann, ich würde so gerne den nächsten Schritt gehen und immer die gleiche Leier im Kopf und du hast das Gefühl, du kommst nicht richtig voran und du würdest so gerne, aber irgendwie hast du das Gefühl, du steckst fest und manchmal verrennt man sich dann auch so ein bisschen, ja, mit den Gedanken und mit diesen ganzen alten Glaubenssätzen und so weiter. Und heute in diesem Podcast habe ich dir einfach mal ein paar ganz einfache Tools mitgebracht, die nicht nur mir, sondern eben auch ganz vielen, vielen Menschen bereits geholfen haben. Und kenne ich das auch? Ja klar, es gibt so viele Dinge in meinem Leben, so viele. Die habe ich tausendmal probiert und vielleicht kennst du ja diesen Song, tausendmal probiert, nie ist was passiert, so war das ungefähr, glaube ich, dieses Lied. Ja, und tausendmal ist nichts passiert und beim tausend einsten Mal, wenn man drangeblieben ist, kam auf einmal der Durchbruch. Und egal, wo du so ein bisschen feststeckst, weil du das Gefühl hast, du kriegst deine Gedanken nicht mehr zur Ruhe, du möchtest gerne schlanker, vitaler werden, du möchtest gerne den Partner, die Partnerin endlich in dein Leben ziehen. Du hast eine Krankheit, die möchtest du gerne heilen, egal was es ist in deinem Leben. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir die Dinge selbst ändern können. Und der erste Schritt besteht immer darin, dass du den ersten Schritt machen musst, kein anderer. Und da stocken schon ganz viele Menschen, weil sie immer hoffen und warten, dass irgendjemand im Außen für sie etwas ändert. Die Regierung, die guten Freunde, vielleicht aber auch der Arzt, der einem irgendeine Wunderpille verschreibt, die es nicht gibt, das kann ich dir garantieren. Aber der erste Schritt besteht immer darin, zu sagen, okay, ich bin es, der oder die den ersten Schritt jetzt geht. Und ganz wichtig ist eben auch, dran zu bleiben. Und ich gehe jetzt mal ein bisschen tiefer auf die ganze Geschichte ein, damit du damit eben auch was anfangen kannst. Das Erste, was du lernen darfst zu verstehen, ist, dass dein Ego und vor allen Dingen auch dein Gehirn ein absoluter Energiesparer ist. Und lieber nimmt dein Gehirn ein Bild, was es schon hunderttausendmal gedacht hat, und zwar von dir, in der Situation, die du eigentlich verändern möchtest, als etwas Neues visuell aufzubauen. Und der erste Schritt ist mal der, dass du ein Bild aufbauen musst, ich sag nicht darf, musst, und zwar in deiner visuellen Vorstellung, wo du bereits schon das sehen kannst, was du dir aus deinem Herzen heraus wünschst. Und kannst du das? Kannst du dieses Bild halten oder weichst du die ganze Zeit aus? Schaffst du es, dich schlank, gesund, vital, fit in einer glücklichen Partnerschaft zu sehen? Oder geht es schon damit los, dass du dir noch gar nicht die Mühe gemacht hast und die Energie aufgebraucht hast, mal eine Zeit lang in diesem Zustand visuell zu bleiben und dieses Bild dir wirklich mal aus deinem Herzen heraus vorstellen kannst? Wenn das nicht geht, und das ist total normal, das war bei mir in gewissen Bereichen auch so, dann frag dich mal, warum hast du denn diese Widerstände? Geh mal in dieses Gefühl rein. Frag dich mal, warum kann ich mir dieses Bild nicht vorstellen? Und wenn du jetzt gleich sagst, na, das hab ich doch, hab ich keine Ahnung von Kerstin, wenn ich es wüsste, würde ich es ja machen. Doch, geh da mal rein. Du kriegst die Antwort. Aber du darfst dich mit dir selbst beschäftigen. Und kann es vielleicht sein, dass deine Krankheit dir vielleicht auch einen Nutzen bringt? Kann es sein, dass du mit dem Körper, den du momentan hast, also vielleicht auch mit der Figur, die du gar nicht mehr haben möchtest, auch damit etwas verbunden ist, was so viel an Energie kosten würde, um es zu verändern, dass du es dir erst gar nicht vorstellst? Frag dich das mal. Und wenn du jetzt sagst, ja, das ist eben auch superschwer, dann kann ich das total verstehen. Aber in dem Moment, wo du dich mit diesem visuellen Bild beschäftigst und beginnst damit, und so habe ich das früher auch gemacht, weil auch bei mir gab es Momente, wo ich mir das nicht vorstellen konnte. Ich habe mich selbst in der Situation nicht sehen können. Dann nimm einfach ein Bild, was du ausschneidest und kleb deinen Kopf drauf. Ja, das funktioniert wunderbar. Und je häufiger, je häufiger du das dir anschaust, vielleicht auf deinem Vision Board oder wie ich das in meinen Seminaren mache, bei meinem Upgrade Your Life Seminar, das ist ja das Mental Seminar schlechthin, wo ich die Techniken aus dem Leistungssport eben auch aufbaue, beziehungsweise das lernen die Teilnehmer, wo du über ein Mind Movie, also ein wirkliches visuelles Bild, das dich sehen kannst in der Situation, die du wie ein Magnet in dein Leben ziehen möchtest. Also der erste Schritt ist der, beginne dich visuell in der Situation zu sehen und frage dich, kann ich dieses Bild halten und wenn ja, wie lange, ohne dass du permanent abgelenkt wirst. Das kann man trainieren, das kann man üben und ich kann dich nur ermutigen, dass du es einfach mal tust, dich hinsetzt, es ausschneidest, von mir aus auch deinen Kopf drauf klebst in einer Situation, die dir wahnsinnig schwerfällt, wenn du es dir selbst vorstellen musst. Der zweite Punkt ist, und das ist eigentlich das zentrale Thema bei ganz vielen Menschen, auch das hatte ich eine ganze Zeit lang, es ist aber schon viele, 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 viele Jahre her, frag dich doch mal, vertraust du dir? Vertraust du dir und deiner Seele, dass du es verdient hast, ein Leben in Erfüllung zu führen oder zu leben besser gesagt? Vertraust du dir da? Weil die Frage ist, wenn du das nicht tust, warum ist das so? Und die zentrale Frage, wenn du dich mit dem Ursprung des Lebens beschäftigst, wo kommst du eigentlich her, ist immer, dass du ein Teil einer göttlichen Kraft bist. Und wenn du glaubst, dass du ein Zufall bist auf diesem Planeten, dass du durch Zufall nur ein einziges Leben hast, durch Zufall diesen Körper hast, durch Zufall in diese Familie hineingeboren worden bist, dann ist wirklich dein Leben ein Zufall. Aber dann kannst du auch nicht heilen, dann kannst du auch nichts verändern, dann bist du einfach ein Pingpong, ein Zufallsprodukt von Mutter Erde, also quasi so eine Art, na ja, läuft gut oder eben nicht. In meiner Welt ist das zu 100 Prozent nicht der Fall, denn, und darum geht es heute nicht in diesem Podcast, aber wenn du dich alleine mit der kleinsten Einheit deines Körpers beschäftigst, mit der Zelle und zoomst noch tiefer rein, bist du irgendwann bei dem Atom und das Atom ist völlig überholt, heute weiß man, es ist nur noch Energie, Frequenz und Schwingung. Und das kann dir jeder bestätigen. Wenn du in der kleinsten Einheit nur Energie, Frequenz und Schwingung bist, wer bewohnt denn diese Energie, Frequenz und Schwingung? Nicht dein Gehirn im Übrigen. Also, wenn du diese zentrale Frage für dich noch nicht beantwortet hast, dann beschäftige dich mit dem Ursprung des Lebens, um zu erkennen, dass du kein Zufall bist und dass du es selbstverständlich verdient hast, ein Leben in Erfüllung, in Fülle, in einem glücklichen Zustand zu führen. Nur in meiner Welt ist das so, und davon bin ich 100% überzeugt, du hast dir in diesem Leben genau das Thema rausgesucht, was du heilen, lösen und verändern möchtest. Und die Messlatte, wie hoch diese Themen sind, wie schwierig sie sind, wir sind bei jedem so ein bisschen unterschiedlich. Bei mir, bei dir und bei deinem Nachbar und bei der Nachbarin auch. Aber wir alle haben die Möglichkeit, genau unser Lebensthema zu, ja, ich würde mal sagen, verändern beziehungsweise zu entdecken und dann eben auch ins Positive zu transformieren. Ein weiterer Punkt ist der Mindset ganz vieler Menschen. Glaubst du anderen Menschen mehr? Glaubst du der Regierung mehr? Glaubst du denen Menschen mehr, die dich vielleicht irgendwann mal erzogen haben? Dann schau dir mal den Mindset dieser Menschen an. Wenn du dir die Fernsehnachrichten anschaust beziehungsweise Zeitungen liest, was ich schon lange nicht mehr mache, dann bist du bei der Untenhaltungsindustrie immer in einem negativen Zustand. Du bekommst auch in dein Unterbewusstsein reingepflanzt, dass Kriege, Inflation, all die Katastrophen da draußen zu 100 Prozent alles bestimmen. Die Frage ist nur, gab es schon immer Kriege? Gab es schon immer ein Hoch und ein Tief? Und gab es Gewinner in jeder Krise? Ja, es gab es schon immer. Die Frage ist, wie gehst du damit um und glaubst du anderen, dem Umfeld mehr? Ja, und nimmst das für dein eigener, ich sag jetzt mal, oder als eigene Chance, dich nicht verändern zu müssen. Und dein Gehirn, wie ich es vorhin gesagt habe, und dein Ego probieren ja immer alles so ökonomisch wie möglich zu machen. Und alles, was du schon hunderttausend Mal gedacht hast, deine Gedanken, aber eben auch deine Glaubenssätze, egal zu was. Das ist viel einfacher so zu denken, als Energie aufzubringen und die Gedanken in eine andere Richtung zu lenken, sich hinzusetzen und es eben auch zu verändern, also bewusst die Änderung zu sein, die du eben vielleicht bei anderen Menschen siehst, zu denen du hochschaust, weil die fangen an, die Dinge in die Umsetzung zu bringen. Also von A nach B etwas in die andere Richtung zu lenken. Denk einfach mal drüber nach. Und ein weiteres Thema ist, dass ganz viele einfach nicht anfangen. Die lesen, die lesen und besuchen Seminare und machen und tun, aber die fangen einfach nicht an. Wenn du auch zu denen gehörst, dann sei liebevoll mit dir. Ich habe auch schon ganz, ganz häufig Dinge immer wieder aufgeschoben, vor mir hergeschoben, nicht angefangen. Und wenn du jetzt sagst, ach Kerstin, wie kann ich denn damit anfangen, einen neuen Partner oder eine Partnerin in mein Leben zu ziehen? Ich rede jetzt nicht von Kontaktbörsen und Co., sondern ja, natürlich, aber es geht damit los, dass du anfängst, dich erst mal selbst zu lieben. Weil wie soll dich jemand anders lieben, wenn du dich selbst nicht liebst? Und Selbstliebe ist mit Abstand einer der schwierigsten Dinge. Ja, du kannst anfangen, aber du musst auch anfangen, um in die Veränderung zu gehen. Und aus diesem Karussell auszusteigen, aus diesem Karussell aus alten Gedanken, aus dem, was man eigentlich nicht mehr will, aus der Krankheit, aus diesem Nicht-Schlank-Sein, aus diesem Nicht-Erfolgreich-Sein, aus diesem Gedankenkarussell von, ach, ich schaffe das nicht, den nächsten Schritt, das ist anstrengend. Und da brauchst du natürlich enorm viel Energie dafür, aber schau dir doch mal die Menschen an, die ein außergewöhnliches, positives, erfülltes Leben führen. Ich rede nicht von den erfolgreichen Menschen, die ganz viel materielle Geldenergie haben, sind in ihrem Herzen aber total unerfüllt. Nee, ich rede von den außergewöhnlich positiven, erfüllten Menschen, denen du das auch ansiehst, die strahlen von innen heraus, denen siehst du das an, die haben diesen Magnetismus und du weißt ganz genau, sie sind authentisch, sie strahlen genau das aus. Wenn du dich mit diesen Menschen unterhältst, egal wer das ist, erzählen die dir alle das Gleiche. Und die haben nicht voneinander abgeschrieben, die sind nicht von heute auf morgen dahin gekommen. Es war auch zwischendrin ganz schön anstrengend und sie haben selbst angefangen, die Dinge zu verändern. Und sich nur hinzusetzen und sich ein mentales Bild zu machen, sich hinzusetzen und zu sagen, ich lese jetzt keine Zeitung mehr und ich fange jetzt an, halt die Nachrichten auch nicht mehr anzuschauen und so weiter. Und ja, ich glaube schon an meine eigene Version und ich traue mir das zu, reicht in meiner Welt nicht aus. Du musst anfangen. Kein einziger Mensch, den ich kenne, der im Fitnessbereich zum Beispiel irgendwie mal erfolgreich geworden ist und wir reden jetzt nicht von Profisportlern, sondern wir reden von Menschen, die zum Beispiel eine gewisse Strecke joggen können in einer gewissen Zeit, die auf ihrem Mountainbike eine gewisse Zeit fahren können, die beim Powerwalking eine gewisse Strecke laufen können und so weiter. Die sind nie beim ersten Training so erfolgreich gewesen wie jetzt, wo sie es können. Denn beim ersten Training wirst du keine Top-Leistungen erbringen. Warum? Weil der Körper es noch nicht, ich würde mal sagen, umgangssprachlich drauf hat. Wenn du eine Sprache lernen willst, musst du dranbleiben. Du lernst bestimmte Dinge. Und dieses Dranbleiben ist Anstrengung. Und deswegen darfst du und musst du eben auch beginnen. Und ich bin keine Mama, aber wenn ich mich mit Mamas unterhalten habe und die meisten, mit denen ich intensiv rede, die natürlich bei mir in den Einzelcoachings oder in den Seminaren waren, sind dann eben auch ehrlich. Und die meisten von denen sagen mir, dass in dem Moment, wo sie ihr erstes Kind bekommen haben, also ich rede jetzt nicht vom zweiten, dritten, vierten, fünften Jahr, so welche habe ich auch, aber als sie das erste Kind bekommen haben, haben sie sich oft total überfordert gefühlt. Da waren Ängste. Es war alles neu. Ich habe gerade vor ein paar Tagen mit einer ganz wunderbaren Frau gesprochen, die zu mir gesagt hat, Kerstin, ich habe mir so oft gewünscht, mein altes Leben zurückzubekommen, obwohl ich mein Kind so sehr liebe, weil ich so überfordert war mit dieser Situation. Ja, in den seltensten Fällen, Gott sei Dank, ist es so, dass man das Kind einfach zurückgibt. So nach dem Motto, nö, die Nummer schaffe ich nie. Die ist jetzt verdammt nochmal ganz schön anstrengend. Gott sei Dank ist es so, dass die meisten Mamis sich dieser Situation stellen und beim zweiten und dritten Kind wird es dann leichter. Zumindest ist es das, was mir oft gesagt worden ist. Und wenn du eine Mami bist, denk mal darüber nach. Genau mit dem gleichen Energieprinzip darfst du und musst du an das Thema rangehen, was du dir so sehr wünschst. Du darfst dranbleiben. Du darfst dich verändern. Du darfst groß denken. Du darfst gesund denken. Du darfst mächtig denken. Du darfst und so weiter denken. Und zwar genau das, was du dir so sehr wünschst. Und wie habe ich das gemacht? Das Erste ist, du brauchst Rituale. Du brauchst Rituale, die du jeden Tag machst. Ob du im Urlaub bist, ob das Wochenende ist und so weiter. Und wenn du diese Rituale nur für fünf Minuten am Tag einbaust. Und die Rede ist von mentalem Training. Mentales Training funktioniert immer, ob du daran glaubst oder nicht. Denn mentales Training ist eine Technik. Deswegen machen Sportler, also Leistungssportler, auch gezieltes Mentaltraining. Wenn dich das übrigens interessiert und du willst diese ganzen Tools so richtig in die Umsetzung bringen, dann musst du unbedingt mal auf meiner Homepage schauen. Und zwar bei dem Seminar Upgrade Your Life. Da fangen wir sogar an mit Sprach-Memos, mit Mindmovies und so weiter zu arbeiten. Also ganz gezieltes Mentaltraining. Da lernst du die Techniken, die eben auch die Leistungssportler anwenden. Denn ich habe auch im Leistungssport gearbeitet. Also Rituale einzubauen übers Mentaltraining täglich und wenn nur für fünf Minuten. Das zweite ist, meditiere jeden Tag, auch im Urlaub, so lange, so lange, bis du in die Anwendung der Ursprungskraft kommst. Durch geführte Meditationen wird es leichter. Und wenn du im Urlaub bist und sagst, nee, jetzt habe ich aber frei. Ja, da hast du frei. Aber wenn du dieses Ritual noch nicht so in deinen Alltag implementiert hast, dass du ganz leicht darauf zurückgreifen kannst, also innerhalb von kürzester Zeit deine Herzenergie öffnen kannst, dann sind diese geführten Meditationen extrem wichtig. Und von 168 Stunden in der Woche schaffst du es, für fünf Minuten jeden Tag zu meditieren. Auch im Urlaub, auch am Wochenende. Verpflichte dich, und das ist der Punkt Nummer drei, täglich an dem zu arbeiten, was du dir wünschst. Und zwar positiv. Ist das anstrengend? Ja. Aber setz dich hin. Fang an, darüber zu lesen. Beginne, dich konstruktiv mit Menschen darüber zu unterhalten. Beginne, Tagebuch zu schreiben. Dein Journal. Fang an, genau das, was du verändern möchtest, täglich in eine Routine zu bringen. Und wenn du alleine diese drei Dinge tust, also Rituale einbauen wie mentales Training, Rituale einbauen wie geführte Meditationen und Rituale einbauen wie ein Journal zu schreiben, dich täglich dazu zu verpflichten, dann findet schon eine ganz große Veränderung statt. Und je nachdem, was du für ein Ziel hast, wenn du deine Ernährung verändern willst, wenn du schlanker werden möchtest und so weiter, dann bau dir einen Plan auf. Einen Plan, damit du in die Umsetzung gehen kannst und hake dir jeden Tag, jeden Tag, genau, ja, ich sag jetzt mal das ab, was du dir vorgenommen hast, vom Kleinen zum Großen. Und am Ende von diesem Podcast möchte ich dir ein ganz, ganz wichtiges, super, super schönes, kleines Geheimrezept noch von mir mit auf den Weg geben. Ich liebe das und vielleicht hast du es auch schon gehört, aber hast du mentale Mentoren? Ich wiederhole das nochmal, hast du mentale Mentoren? Also Mentoren, die du dir geistig vorstellst, die du um Rat fragen kannst? Ursprünglich habe ich das gelernt vor, weiß ich nicht, 25 Jahren von Joseta Silva. Das waren so eine der ersten Seminare zum Thema Mentaltraining, die ich damals gemacht habe. Und diese mentalen Mentoren, die befrage ich immer. Und wenn du in einem körperlich-geistig entspannten Zustand bist, im Alpha-Zustand oder tiefer, du hast gerade meditiert und du hast eine Frage. Und die Frage könnte sein, warum denke ich so negativ über mich? Was ist der Ursprung und schaffe ich es wirklich nicht? Egal, welche Fragen das sind, dann frage ich immer meine drei mentalen Mentoren. Und vielleicht lachst du jetzt, denn diese mentalen Mentoren sind für jeden unterschiedlich. Und bei mir ist das Jesus, Dr. Joe Dispenza und Madonna. Wenn du jetzt sagst, meine Güte, wie kommt die denn auf Madonna? Ja, für mich ist das eine Mentorin, denn die hat sich nie von ihrem Weg abbringen lassen. Und egal, wie crazy sie war, egal, wie verrückt sie war, sie hat einfach ihr Ding durchgezogen. Und wenn ich nicht weiter weiß und das Gefühl habe, oh Mann, ich stecke irgendwie fest, dann frage ich die im Alpha-Zustand. Jesus, Dr. Joe Dispenza und Madonna. Und glaube mir, die erste Antwort, die ich aus dem Herz heraus bekomme, ist immer die richtige. Und das Schöne ist, mit so einem Schmunzeln auf den Lippen bekomme ich dann relativ schnell eine Antwort. Und manchmal kriege ich auch keine. Aber ich kriege sie zu 99,99 Prozent. Und das Verrückte ist, dass es immer richtig ist. Ich wünsche dir von ganzem, ganzem Herzen, und das meine ich auch wirklich so, dass du dich traust, dass du es einfach machst, dass du beginnst, dranbleibst. Und wenn du zehn Schritte zurückläufst und die, die du wieder nach vorne läufst, also die zwölf Schritte, dann hast du zwei Schritte gut gemacht. Und manchmal passiert auch gar nichts. Ich kenne das auch. Und manchmal ist man verzweifelt. Ich kenne das auch. Und manchmal hat man das Gefühl, Mann, warum funktioniert es einfach nicht? Aber du wirst immer genau die Dinge bekommen, die du eben auch lösen kannst. Und denk an dein eigenes Thema. Und das Thema, was du dir als Seele ausgesucht hast, denn du bist kein Zufall. Und geh spielerisch ran. Du machst keine Fehler. Du machst nur Erfahrung. Und nachdem ich in meinem Leben den Druck komplett rausgenommen habe und habe diesen goldenen Satz, ich gebe mein Bestes, aber lasse los. So oft praktiziert. Der hängt im Übrigen auch an meinem Vision Board. Ist es auch etwas leichter. Ich wünsche dir von ganzem Herzen nur das Allerallerbeste und wünsche dir viel Spaß bei der Umsetzung. Von Herzen, deine Kerstin.